Was versteht man unter einem Pückelchen? Mach nicht so einen Pückel! Halt dich die Rat! Nicht für immer sonst schenken sie dich immer Pückellischen. Ich kann auch nichts dafür, ich habe noch einmal das Pückelchen. Und damit habe ich auch einen ganz großen Pückelchen zu tragen. Ach, du bist doch mein lecker Nückelchen! Es füren und hinge ein Pückelchen. Aber trüß dich! Jedes Mädchen kriegt einen Mann. Und wenn sie auch einen Pückel haben. Für Pückel sieht man in Köln auch einen Reutz. Der Spöymannes vom Kölschen Hänneser Theater, der hat einen ausgewachsen Reutz. Und dann spürt er auch immer noch beim Sprechen. Trotzdem ist der Pückel lustig. Über der kann man sich ein Pückelchen lachen. Der Spöymannes vom Kölschen Hänneser. 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 Der Spöymannes vom Kölschen Hänneser.